Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einem der besten Strategie-Spiele aller Zeiten. Zu Imperialismus und nein, ich mach keinen Scherz, das ist mein absoluter Ernst. Dieses Spiel ist 20 Jahre alt. 1997 ist es rausgekommen. Es ist noch immer spielbar, selbst auf Windows 10. Wenn ihr mögt, es gibt es bei Good Old Games regulär für 5,70 Euro, derzeit im Frühjahrszähl für 1,90 Euro. Der reine Wahnsinn. Und wenn ihr so ein bisschen die Grafikhure in euch zum Schweigen bringt, dann werdet ihr eine wirkliche Perle erleben. Ein Spiel, was noch immer Spaß macht, was eine ganz tolle Spielmechaniken hat, die Maßstäbe gesetzt haben und die ganz viele andere Spiele danach folgend inspiriert haben. Meines Erachtens auch die Spiele von Paradox. Das werdet ihr vielleicht sehen an bestimmten Dingen. Ja, ich hab das damals schon gespielt und eine Sache, die mich eigentlich bis heute gewurmt hat, ich hab damals dieses Spiel nie, in Anführungsstrichen, schlagen können. Ich hab nie gesiegt. Die KI empfand ich damals als richtig gut und man wurde echt schnell fertig gemacht. Auch das ein Grund, warum ich mich immer wieder daran erinnere und warum ich das jetzt hier aufgreife. Und daraus ein richtig ernsthaftes Let's Play mache. Das kann man mit diesem Spiel. Ihr werdet es sehen. Sehr, sehr faszinierend. So. Es gibt übrigens, also nochmal vielleicht so ein bisschen zur Hintergrundgeschichte Imperialismus 97 rausgekommen. Es gab dann zwei Jahre später noch einen Nachfolger Imperialismus 2. Der hat mir allerdings nicht mehr ganz so gut gefallen. Hat auch gute Bewertungen bekommen. Der erste Teil übrigens herausragend bewertet. Unter anderem von der PC Games mit 88%. Sehr zu Recht meines Erachtens. Hat sich auch ganz anständig verkauft. Der erste Teil mit 300.000 Stück für die damalige Zeit. Wirklich gutes Ergebnis. Unterschied zwischen Imperialismus 1 und 2 gab es ein paar in der Spielmechanik. Aber vor allem Imperialismus 2 spielt in dieser Zeit der Entdeckung der neuen Welt, 60. Jahrhundert, die ersten Kolonien und so weiter. Aber der erste Teil, dies hier, spielt in der Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Und das macht den besonderen Reiz dieses Spiels aus. Denn das ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt, wie ihr sehen werdet. Die Entwickler waren Frog City Software. Die haben Imperialismus 1 und 2 gemacht. Dann noch Tropico 2 haben sie auch produziert. Wurden dann aufgekauft von Take-Two Interactive. Und sind dann von denen wiederum geschlossen worden. Und haben sich dann so ein bisschen in alle Welt verstreut. Teilweise ein Teil davon des Teams ist dann zu dem neu gebildeten Fraxis-Team gegangen. Ein paar andere sind zu EA gegangen. Also sind schon gute, illustre Leute hier, die dahinter stehen. Okay, wir starten direkt mal. Es gibt, das will ich dazu sagen, es gibt historische Szenarien. Die zeige ich euch mal. Es gibt hier das Wiedererstarken Frankreich, 1820. Die Überlegenheit auf See, 1882. Einheitsbewegung, 1848 bis 1890. Aber, auch das kann ich nicht ganz hundertprozentig begründen. Mir gefallen die historischen Szenarien bei weitem nicht so, wie die freie Kampagne. Denn dieses Spiel hatte auch damals schon generierte, prozedural generierte Welten. Und Sandbox war wirklich, ohne dass dieser Begriff schon geprägt war, möglich damals. Und das macht doch weitaus mehr Spaß. Zumindest das meine Meinung. So, deswegen werden wir auf einer Zufallskarte neu beginnen. Okay, so sieht das aus. Lasst euch nicht abschrecken. Wie gesagt, durch diese doch relativ simple Grafik. Wir werden jetzt folgendes tun. Wir werden, ich werde jetzt hier dreimal auf diesen Globus klicken. Dreimal werden wir eine neue Welt erstellen. Die dritte werden wir nehmen. Eins, zwei, drei. Das ist unsere Welt. Und wir können uns nun entscheiden, welche Großmacht wir spielen wollen. Ihr seht es an den Farben. Sieben Großmächte machen mit. Eine übernehmen wir. Und die anderen werden von der KI übernommen. Unser Land, das habe ich schon mal so bestimmt, heißt Wallonien. Und jetzt ist die Frage. Das ist schon eine ganz wichtige Entscheidung am Anfang. Wo gehen wir hin? Also erstmal ist es gut, wenn man auf einem zusammenhängenden Landfeld ist, wo keine andere Großmacht ist. Dann kann man einfacher expandieren. Deswegen gehen wir definitiv nicht hier hin. Jetzt ist aber die Frage, wo stattdessen. Das nimmt sich vermutlich alles nicht so viel. Hier ist eigentlich kein schlechter Ausgangspunkt, weil man hier nicht in der Mitte liegt. Und, na gut, die Erde ist rund. Die können auch von dort kommen. Allerdings sind diese nördlichen Bereiche, könnte ein bisschen schwierig werden, so was Holz betrifft, was bestimmte Rohstoffe betrifft. Es ist nicht einfach zu entscheiden. Also gelb nehme ich auch nicht, weil das nicht schön gelegen ist, weil hier drei so eine kleineren Nationen da drunter sind. Da kommt man dann schlecht hin. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Orange und Rot. Ich glaube, ich nehme mal Rot. Ich weiß nicht, warum. Das ist jetzt so eine emotionale Entscheidung. So, wir spielen auf Schwierigkeitsgraden Mittel. Wie gesagt, das Spiel ist nicht einfach, muss man mal sagen. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Namen sind sowieso, ja, sind keine echten Namen. Wir spielen hier nicht mit Frankreich, England, Spanien und so weiter, sondern das sind Kunstnamen. Aber fest heißt, dass sie in jedem Spielstand immer dieselben Kunstnamen sind. Und das ist ganz nett eigentlich, weil man die Kenner von Imperialismus, die kennen das dann schon und haben alte Erinnerungen. Deswegen nehmen wir das auch. Gut, ich werde natürlich am Anfang recht viel erklären. Ich gehe davon aus, dass 95 Prozent der Zuschauer dieses Spiel nicht gespielt haben. Das ist aber auch nicht so schlimm. Man kommt sehr schnell rein, wenn man mal so die Grundprinzipien verstanden hat und kann, glaube ich, ganz gut mitdenken, mitfiebern, mitfühlen. Wir starten einfach mal durch. So, jetzt meldet sich der Innenminister und wir müssen einen Platz für unsere Hauptstadt auswählen. Das ist jetzt schon die erste ganz große, wichtige Entscheidung. Davon hängt nämlich viele ab. In der Hauptstadt findet nämlich fast alles statt. So, das ist jetzt unser Land. Oh, erstmal müssen wir feststellen, wir haben ganz viel Gebirge. Das ist einerseits gut, weil die Chance, dass dort Rohstoffe sind, dass dort Erze sind, ist hoch. Was schlecht ist, dass wir Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten haben, zum Beispiel diese Provinz hier mit der Eisenbahn anzuschließen. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Und ich sehe schon, wir haben ein Problem mit Holz. Entschuldigt. Hier haben wir schöne Wälder. Das ist Unterholz. Da kriegt man zwar ein bisschen Holz her, aber die kann man nicht weiter ausbauen. Das ist auch noch so ein Thema. Also am Anfang sollten wir Holz haben, Wolle sollten wir haben. Wolle ist auch ein Thema. Wolle haben wir auch nicht. Also da sind schon die ersten Probleme da. Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir hin? Puh, wir könnten... Ich will nicht so ganz an den Rand. Das ist wirklich jetzt eine knifflige Entscheidung. Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Also drei ist viel zu wenig Nahrung. Nahrung brauchen wir natürlich auch. Drei, vier. Das ist alles schwierig. Fünf, sieben. Aber dafür überhaupt keine Rohstoffe in der Nähe. Das ist Grenzgebiet. Ach, das ist echt nicht schön. Dieser Staat ist schon mal richtig fies. Richtig fies. Hier oben... Nee. Keine guten Startbedingungen, muss man mal so sagen. Drei Einheiten. Da haben wir nur Lebensmittel. Das ist echt ein Problem am Anfang. Ich tendiere aber doch zu einem Start hier vielleicht. Immerhin vier, sieben. Bisschen Holz dabei. Fünf, sieben. Würde auch gehen. Nahrung. Nahrung. Wir könnten dann eine Eisenbahn recht schnell hier hinbauen und uns ein bisschen Holz besorgen. Hier oben haben wir... Na, wir haben doch Wolle. Wir haben Schafe. Das geht. Das ist auch okay. Okay, gucken wir mal. 6,6. Da haben wir schon am Anfang Wolle. Das ist... Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe sogar hier hin. Hier wird die Hauptstadt gebaut. Holz ist ein Thema. Holz ist ein Thema. Holz und Nahrung. Aber ich werde dann als nächstes gleich hier... Ähm... Ja. Hier eine Eisenbahn hinbauen. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Holz. Ansonsten müssen wir es importieren. Gut. Die Hauptstadt wird platziert. Neuer Herrscherernland. Krönungsfeierlichkeiten haben heute in der Hauptstadt als Zeichen einer neuen Regentschaft stattgefunden. In einer der Zeremonie folgenden Ansprache im prunkvollen Kapitol sagte der neue Monarch. Ich übernehme meine neuen Pflichten mit Optimismus und großem Verantwortungsbewusstsein. Unsere Großmacht wird kontinuierlich expandieren. Getreu dem Bekanntenprinzip. Der Stärkere hat immer recht. Ja. Das ist das Prinzip einer wahren Großmacht. Aufruhr herrscht in den Regierungsministerien. Ähm... Das ist verständlich. Und was ist hier los? So nicht Mecker. Ein Leserbrief. Die neuesten Artikel und Theorien von Alexander Mecker, in denen dieser globale Kriege vorhersagt, stellen selbst eine Bedrohung für die industrielle Welt dar. Noch nie haben so viele Menschen Wohlstand und ein langes Leben genossen, wie in der heutigen Zeit, die Mecker als so unsicher einschätzt. Mehr Waffen bedeuten mehr Arbeitsplätze für Menschen, die sich nicht auf staatliche Beihilfe stützen können. Genau. Der industriellen Expansion Einhalt gebieten zu wollen, wäre so, als brächte man ein Kanu auf dem Fluss zum Kentern. Lasst uns lieber fortfahren und nicht ertrinken. So sehen wir das auch. Sehr schön. Auf in eine neue Zeit. Frühling 1815. So. Und da sind wir in unserem schönen Land. Wallonien liegt hier, idyllisch gelegen an diesem Meer gegenüber. Einer anderen Großmacht. Mit denen müssen wir uns nachher dann mal auseinandersetzen. Und jetzt müssen wir die ersten Schritte tun in unsere Zukunft und unsere Wirtschaft aufbauen. Vielleicht sage ich mal was zum Grundprinzip dieses Spieles. Was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Wir gehen mal kurz auf die Überblickskarte, die nicht besonders toll ist. Vielleicht ist es sogar besser, auf die Diplomatiekarte zu gehen. Ja, das ist deutlich schöner. Also Ziel des Spiels ist es, stärkste Macht zu werden. Wie wird man stärkste Macht? Ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnt regelmäßig ein Konzil zu tagen. Alle zehn Jahre findet das statt. Und da tagen die Provinzgouverneure und beraten darüber, wen sie als den mächtigsten ersehen. Das hat kein historisches Vorbild, muss man mal sagen. Die Provinzen sind alle, die haben hier so eine weißen, dünnen Grenzlinien. Und die Großmächte, die bestehen am Anfang alle aus acht Provinzen. Jede Großmacht besitzt acht Provinzen. Und dann gibt es sozusagen diese kleinen Länder, die besitzen alle vier Provinzen. So, und nun ist es so, dass am Anfang die, also die meisten Provinzen sozusagen im Besitz der kleinen Länder, beziehungsweise das sind die Ausschlaggebenden, weil die anderen stimmen ja alle für sich. Also das ist sozusagen eine Paz-Situation. Und am Anfang stimmen die Gouverneure dieser Provinzen noch für gar keinen, weil sie noch neutrale Beziehungen haben. Aber mit der Zeit ändert sich das und man kann Einfluss gewinnen oder eben die Provinzen auch besetzen. Dann gehen die Stimmen natürlich auch an einen selbst. So, und dann läuft das so, dass wenn dann so ein Konzil tagt, dann werden die zwei mächtigsten Herrscher erstmal gewissermaßen vorgeschlagen. Das basiert tatsächlich auf den verschiedenen Aspekten dieses Spiels. Also Handel, Infrastruktur, Geld, Armee, all das spielt eine Rolle. Größe, die werden erstmal vordefiniert und dann müssen die Provinzgouverneure abstimmen. Und es ist nicht so, dass dann einfach bei der ersten Wahl jemand gewinnt, sondern viele Stimmen auch enthalten sich oder so. Es muss also sozusagen eine, ich weiß gar nicht, wie das jetzt im Wahlrecht genau heißt, eine qualifizierte Mehrheit. Naja, es muss wirklich über 50 Prozent der, nicht der abgegebenen Stimmen, sondern man muss 50 Prozent Stimmen haben. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Dann ist der Sieg. Das kann dauern. Das Spiel geht von 1815, ich glaube bis, ich will jetzt nicht ganz lügen, 1905 oder 1915. Und auch wenn das jetzt hier so eine Art Fantasy-Welt ist, dahinter steht schon die tatsächliche, ja, Industrialisierung, sehr viel Atmosphäre. Es gibt Technologie. Wir starten im Jahr 1815, also mit Grenadieren und Füselieren und sowas. Es gibt ganz viele verschiedene Einheitentypen auch und mit Fregatten und Segelschiffen und enden dann wirklich mit Maschinengewehren und Dreadnoughts, also großen Schlachtschiffen. Und das wird alles hier, das spiegelt sich alles hier wieder hochinteressant. Also da steckt wirklich was hinter dem Spiel. Ihr werdet es bald sehen. Also das ist erstmal das Ziel des Ganzen. Voraus, oder um das zu erreichen, muss man, ist das Wichtigste, eine Wirtschaft aufzubauen. Und zwar also wirklich eine industrialisierte Wirtschaft. Ja, und dazu braucht man natürlich Rohstoffe. Die muss man weiterverarbeiten in Vorprodukte, sag ich mal, in Güter und dann in Endprodukte. Und die muss man auf dem Weltmarkt verkaufen. Einen Weltmarkt gibt es auch. Das ist ein sehr interessantes Konzept dann auch wieder. So, als erstes müssen wir unseren Prospektor losschicken in die Berge. Der muss untersuchen, ob dort Rohstoffe sind. Da braucht er jeweils eine Runde für. Und wir sollten natürlich in der Nähe beginnen, weil wir dort dann Bahnhöfe bzw. ein Schienennetz anschließen können. Alle Rohstoffe, die man hat, die müssen an das eigene Transportnetzwerk angeschlossen werden. Sonst kann man sie nicht verwenden. Alles muss in die Hauptstadt geführt werden. Und jetzt geht es nämlich schon los. Wie machen wir jetzt hier weiter? Dazu müssen wir mal kurz hier reingehen in unsere Hauptstadt. Dann muss ich euch nämlich mal zeigen. Hier findet die gesamte Produktion, die gesamte Industrie statt. Und das ist jetzt ganz wichtig zum Verständnis. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ein paar Sachen, die man wissen muss. Als erstes hier links seht ihr die Arbeiter, die wir haben. Oben, das ist die Arbeitskraft, die tatsächlich zur Verfügung steht. Und die kommt aus diesen Arbeitern, nämlich vier Ungelernten, zwei Facharbeitern und einem Meister. Der Meister bringt vier Arbeitskraft rein. Die Facharbeiter zwei jeweils und die Ungelernten jeweils eins. Zusammen ergibt das zwölf. Man kann hier in der Berufsschule, kann man jetzt die Arbeiter fortbilden. Dazu braucht man Papier und Geld, um von einem Ungelernten zum Facharbeiter jemanden zu machen. Meister sind sehr teuer. Zweimal Papier und tausend. So ist das. Dann rechts seht ihr, was die Arbeiter essen. Und jetzt muss man wissen, dass die verschiedene Bedarfe haben. Die Hälfte der Arbeiter möchte Getreide haben. Ein Viertel möchte Obst haben. Und das letzte Viertel möchte entweder Fleisch oder Fisch haben. Wenn das nicht vorhanden ist, dann gucken die Arbeiter, ob es im Lagerhaus Konserven gibt. Die gibt es im Moment. 20 haben wir auf Lager. Dann essen sie Konserven. Ihr seht zum Beispiel hier, Getreide sind benötigt, vier. Wir transportieren aber hier nur ran drei. Das heißt, ein Arbeiter bekommt nicht sein Getreide, wird er Konserve essen. Obst benötigt zwei, transportiert zwei. Das ist alles gut. Falls jetzt nicht Konserven mehr da wären, aber zum Beispiel noch Obst oder Fleisch, dann würde dieser eine Arbeiter auch Obst oder Fleisch essen, wird aber nicht arbeiten, weil er krank ist, frustriert ist, streikt, was auch immer. Das muss man vermeiden. Wenn jetzt gar keine Nahrung mehr da ist, dann stirbt der Arbeiter, dann verlieren wir ihn. Das ist natürlich schlecht. Ja, also deswegen hat Nahrung eine große Bedeutung. Diese Nahrungsmittel kann man nicht auf dem Weltmarkt handeln. Die kann man halt nur lagern. Das geht. Aber nicht handeln. Man kann aber in der Lebensmittelfabrik aus zwei Getreide, einmal Obst und einmal Fleisch oder Fisch, kann man Konserven herstellen. Und damit hat man dann eben die Reserve für die Arbeiter. So, das war das Nahrungssystem. Jetzt kommen wir mal zum Produktionssystem, was wichtig ist. Und zwar, es gibt drei verschiedene Hauptindustriezweige. Das einmal ist die Holzindustrie. Da haben wir hier ein Sägewerk. Da wird aus Holz entweder Bretter hergestellt oder Papier. Ein Sägewerk brauchen wir sowieso. Deswegen bauen wir das auch gleich. Ihr habt gesehen, was nötig ist. Wir brauchen zweimal Stahl, zweimal Bretter, um das zu bauen. Dann gibt es eine Textilfabrik. Da wird aus Wolle Stoff hergestellt. Aus zwei Wolle ein Stoff. Auch die brauchen wir. Deswegen bauen wir sie. Und es gibt ein Stahlwerk. Da wird aus jeweils ein Kohle und ein Eisenerz Stahl hergestellt. Ja, das müssen wir vielleicht noch nicht gleich bauen. Das können wir noch ein bisschen abwarten. Und dazu gibt es sozusagen die weiterverarbeitenden Fabriken. Hier haben wir die Möbelfabrik. Da wird aus Holz werden Möbel hergestellt. Hier haben wir die Bekleidungsfabrik. Da wird aus Stoff werden Kleider hergestellt. Und hier wird aus dem Stahl entweder Werkzeug oder Waffen hergestellt. Waffen braucht man natürlich zur Ausrüstung seiner Soldaten. Selbstverständlich. Okay, das erstmal im Grundsatz. Dann haben wir hier noch ein paar andere Sachen. Wir haben den Rangierbahnhof. Hier kann man Transportkapazität erzeugen. Das sind also gewissermaßen Güterzüge, die man braucht, um die Rohstoffe in die Hauptstadt zu bringen. Am Anfang haben wir einigermaßen ausreichend. Später werden wir dann nachbauen müssen. Was gibt es noch? Da gibt es natürlich noch zwei wichtige Sachen. Einmal die Garnision. In der Garnision werden die Truppen, die verschiedenen Truppentypen ausgebildet. Ihr seht, es gibt ganz verschiedene. Es gibt leichte Infanterie, normale Infanterie, schwere Infanterie. Es gibt Pioniere, die für Festungsanlagen gut sind. Es gibt Husaren. Also leichte Kavallerie, schwere Kavallerie, leichte Artillerie und schwere Artillerie. Diese Einheiten haben alle unterschiedliche Bedeutungen auf dem Schlachtfeld. Wir haben alle Vor- und Nachteile und Kosten entsprechend unterschiedlich. Hier sind es Facharbeiter, die benutzt werden. Hier sind es Ungelernte. Ja, bei der schweren ist es dann schon wieder ein Facharbeiter. Das wird eine der schwierigen Entscheidungen sein am Beginn. Also man muss ständig wirklich hier ganz schwierige Entscheidungen treffen. Alles hängt mit allem zusammen. Das ist das Tolle an diesem Spiel. Es greift perfekt ineinander, die Spielmechaniken. Und zwar muss man hier wirklich die bitteren Entscheidungen treffen. Zieht man jetzt wirklich wertvolle, ausgebildete Arbeiter aus seiner Industrieproduktion raus und bringt sie in die Armee. Das ist manchmal sehr, sehr, sehr unangenehm zu entscheiden. Gut. Wir bauen im Moment noch nicht. Wir gucken mal hier in die Schiffswerft. Hier werden Schiffe gebaut. Hier Handelsschiffe. Das erkläre ich noch. Das ist sozusagen die Transportkapazität für den Export. Und hier sind Kriegsschiffe, Fregatte und Linienschiff. Die sind dann für tatsächlich zur Bekämpfung der Feinde und zum Schutz der eigenen Handelslinien da. Auch wichtig. Was haben wir noch? Wir haben hier die Berufsschule. Das habe ich euch schon gezeigt. Die Universität. Die ist sehr wichtig, weil hier werden Spezialisten ausgebildet. Bergleute, Prospektoren. Davon haben wir schon einen. Landwirte. Auch wichtig für Farmen und Plantagen. Später auch noch für die Baumwollplantagen. Und das sind Ingenieure. Das sind die, die Eisenbahnen bauen. Das ist insofern, die sind besonders wertvoll, weil man hier Meister einsetzen muss. Das ist schon heftig. Kostet auch sehr viel Geld. Das ist immer eine ganz schwierige Entscheidung, ob man zum Beispiel einen zweiten, ab wann man einen zweiten Ingenieur braucht oder so. Oder einen zweiten Prospektor, um schneller voranzukommen. Das muss alles miteinander im Einklang stehen. Echt nicht einfach. Im Kapitol, da steuern wir gewissermaßen unsere Einwanderungspolitik. Hier können wir neue Leute zu uns holen. Neue, ungelernte Arbeiter, die natürlich aber auch alle ernährt werden müssen. Und dazu brauchen wir entsprechend Konserve, Kleidung und Möbel, damit das möglich ist. So, der Anfang ist immer am schwierigsten, die Entscheidung da zu treffen. Vor allem die wichtigste Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen, ist nämlich, wo bauen wir jetzt unseren ersten Eisenbahndinie hin? Welche Ressourcen brauchen wir am dringendsten? Das ist die große Frage. Also tendenziell brauchen wir auf jeden Fall Getreide. Deswegen tendiere ich dazu, fast hier hinzugehen. Die Frage ist, welcher ist der beste Standort? Ich meine, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und hier oben, wir hätten mal den Prospektor, müssen wir gleich mal dahin schicken. Das war, obwohl wir können ihn auch zurückrufen, das ist gut. Dann kommt er jetzt direkt mal dorthin und untersucht. Allerdings brauchen wir auch Holz. Wir brauchen unbedingt auch mehr Holz. Tja, das heißt entweder dort oder dort. Hier bekommen wir dann mehr Fisch. Na gut, hängt ein bisschen davon ab, ob da was ist. Wir werden erstmal hier eine Eisenbahndinie bauen. Das ist unsere derzeitige Armee. Besteht aus zwei normalen Infanteristen und einer schweren Artillerie. Die Miliz, die ihr hier seht, die kann die Provinz nicht verlassen. In jeder Provinz befindet sich gewissermaßen als Basisverteidigung so ein bisschen Miliz. Mit der kann man aber nicht angreifen. Wir lassen die erstmal hier. Wir haben da jetzt noch keine Pläne. Dazu kommen wir später. So, und wir gucken jetzt nochmal ins Transportnetzwerk rein. Hier seht ihr, das ist unsere Gesamtkapazität. Moment, wir können 15 Waren transportieren und wir haben im Moment gar nicht so viel zu transportieren. Ihr seht hier, wir sind hier voll auf Maximum überall. Das sind diese Dinge, die um die Hauptstadt gelegen sind. Nur die können wir derzeit abschöpfen. Alles andere müssen wir, wie gesagt, an unser Transportnetzwerk anschließen. Und hier seht ihr übrigens mit den roten und grünen Linien, ob die Industrie oder ob der Bedarf gedeckt ist durch den Transport. Und wir wissen, wir brauchen mehr Getreide, deswegen ist hier auch eine rote Linie. Ja, so ist der Stand erstmal, Leute. Ich mache an dieser Stelle eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht es dann schon verstärkt um die Außenpolitik, die in diesem Spiel auch hochinteressant ist und sehr, sehr klug durchdacht ist. Also, wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Euer Steinwallen.